Fritz Hegge Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Fritz Hegge und wir machen heute eine Wanderung, die zur Blodpornhütte geht. Wir kommen jetzt gerade vom Starkaffee, der hinter mir ist. Das ist Sultwald. Das ist die Seilbahn, die oben oben kommt von Eisenflut. Wir laufen jetzt also hier vor mir in dieser Richtung. Hier laufen wir Richtung Sultzsäli. Das ist ein recht happiger Aufstieg. Das muss man wissen. Das ist etwa 4.400 Meter, wo es hoch geht. Im Sultzsäli ein wunderbar schönes Natursäli. Dort nehmen wir das Aperon. Und dann gehen wir in die Lobhornhütte. kork whatever key. Oh! Eineua solle Hütte werden einem hinterflör Relax. Das ist schön. Das ist richtig schön, Fritz, danke vielmals Fritz, danke vielmals Fritz, danke vielmals Fritz. Das ist richtig schön, das ist richtig schön, das ist richtig schön. Das ist richtig schön, das ist richtig schön.